Heute ist der 2. Dezember 2022, Freitag, ca. 22.30 Uhr, 35 vielleicht, bin jetzt gerade nach Hause gekommen, bin mit einem Roller gefahren, es war kalt, gestern war es noch kälter, da bin ich in der gleichen Montur gefahren, ich will das nur mal zeigen. Schuhe habe ich jetzt schon ausgezogen, einen dicken Mantel hatte ich an und hier eine Überhose für so eine Motorradhose, für die Beine hier so eine Regenhose, ja, Bauchpack. Und jetzt kommen wir zum Oberteil. Da trage ich folgendes, eine Weste, schön dick, einen Hoodie, grau, einen Pullover, grau, noch einen Hoodie, rot, dann ein weißes Hemd und da drunter ein langärmliches graues T-Shirt. Muss ich glaube ich jetzt nicht ausziehen, also das Hemd. Ja, das ist eine dicke Zwiebel-Montur, wie man das schon sagt. Das heißt, ja, verschiedene Schichten. Meine Frau sagt auch, ich sollte vielleicht mal mir richtige Motorradteilung für den Roller besorgen, aber das tut es ja auch. Ich wünsche einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ciao. Geht auch so, ja.